Gib auch du den Kinderrechten deine Stimme. Ja, ich bin der Kleinhaber Stefan und wie ihr seht, bin ich für den Bereich Klettersport von Wiki verantwortlich, wir sind hier im City Adventure Center in unserem Kletterzentrum mitten in der Stadt und es freut uns besonders, dass wir so eine wichtige Veranstaltung wie die Kinderrechtewoche unterstützen können. Man hat ja im letzten Jahr gesehen, dass gerade die Kinder und Jugendliche, die kein Lobby haben, da sehr unter die Räder gekommen sind und gerade im Sportbereich war viele Zeit gar nichts möglich und da haben wirklich viele Kinder und Jugendliche aufgehört, das lange Online-Training war einfach zu viel des Guten. Jetzt geht es wieder, wir hoffen, dass es so bleibt und wir möchten natürlich alle Kinder und Jugendlichen gerne einladen, zu uns in die Kletterhalle oder in unser zweites Zentrum, in unseren Kletterpark am Wienenteich zu kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jede Wienentich zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020